Ich diene dem Volke, also hier eine Zusammenfassung aller Reactions. Jetzt ist der Moment da. Oh nein, oh nein, ich weiß, glaube ich. Du sollst ihn sehen. Ja, ich bin bereit. Was? Was hinter uns kommt. Was für ein Scheiß. Ich mache gleichzeitig. Aber NoJoke Sascha freut sich auch ein Stück drauf. Eins seid ihr bewusst, okay? Ich war gerade im kalten Meer. Was soll das jetzt? Jetzt machst du es. Junge. Wolltest du es so? Also wenn ich das mit Romatra machen würde, würde ich sofort die Rundenklappe drücken. Ich sage jetzt schon mal vorweg, falls dann verpixelt wird und es nicht viele Pixel braucht. Das ist die Perspektive. Ist das jetzt ein Witz? Nein. Ja, genau so muss da sein. Wie sie da stehen. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, mit Jan sowas zu machen. Was ist das? Die müssen doch ein Schelter bauen. Scheiße. Habe ich doch so ein bisschen. Alter, weißt du, was ich da mache? Problem. Wegen der Kälte. Die zweite Vorhaut baut sich ja auf. Die zweite. Die zieht zurück. So, dass er wieder... Weil der Sascha hatte gar nichts gesehen. Was machen die da? Nein, berührt euch doch nicht. Berührt euch doch nicht. Alter, hast du ja die Hände gerade mit der... Na? Der ist an seinem Schwanz gerochen. Was ist das für ein Modus? Oh mein Gott, da ist ja doch die Scheiße dran vom Abwischen. Oh mein Gott, Bro. Machen die Experten also auch Fritz und Marit? Das hat mir Otto nicht beigebracht am Briefing am Anfang. Und jetzt habe ich dir gerade dran geleckt? Ja, der ist seit zwei Stunden draußen und fängt an Steine zu essen. So geil, Jan. Hast du so einen leicht salzigen Geschmack dabei? Was? Was? Bro, es ist Tag 1. Aber das fühlt sich an wie Kaugummi kauen. Das lenkt ab vom Hunger haben. Du, was machen? Die müssen sich nicht in den Shelter bauen? Der leckt einfach an Stein. Stein lecken, das ist es. Stein lecken, das ist es. Ja. Das ist es. Tag 1, er leckt an irgendwelchen Stein, Bro. Na krass komplett. Jetzt gerade hilft es wirklich enorm. Einfach den Stein zu lecken? Muss ich mit Joey gleich mal direkt mitzahlen. Ich habe übrigens was gefunden. Ich bin gespannt, wie Joey reagiert. Keine zu großen Hoffnungen. Ein Kaugummiersatz. Oh nein. Jan, warum machst du das? Joey denkt jetzt, du hast irgendeine krasse Pflanze gefunden. Ich habe das komplett verdrängt. Jetzt sagst du Joey, dass du am Stein geleckt hast und der nach Salz schmeckt, weil der auch halt im Wasser... Ja? Ja, ich... Ich habe tatsächlich so einen Stein gefunden und wenn man dran lutscht, ist finde ich so ein Kaugummiersatz. Oh mein Gott, Bro. Joey ist so enttäuscht. Ja, ich auch nicht. Gerade rausgefunden. Der erste hatte Langeweile. Sehr gut. Also, wir haben Kaugummiersatz. Sehr gut, Alter. Schaffst du dein Gesichtsausdruck an? Sehr gut. Joey hat gar keinen Bock, Digga. Kloselig, gar geht's. Oh, nö, ne? Ernsthaft? Ich glaube, ja. Was? Echt? Das war für mich was Besonderes, ne? Okay. Alter, fast. Fast. Kackt jetzt in den Fluss rein? Das war aber jetzt eine Welle. Das war jetzt nicht, was irgendwie reingedroppt ist, oder? Bitte kein Durchfall. Danke für den Info, geh, Schatz. Lässt er jetzt wirklich die Kamera laufen, während er scheißt? Ist einfach grün. Alter, was? Das war wirklich, ja! Ich sag euch, was es war. Es war so eine komische Ringelwurst, aber so eine, weißt du, die zerbröselt, so zerfällt, weißt du, so Platten, die sich immer schnell, die langsam sich immer mehr platt drückt, bis nach alles nach rechts und links rausquillt, so, weil oben der Druck hält nicht mehr stand. So eine komische Konsistenz. Halt. Hast du das gezeigt? Ja. Ja. Daran siehst du, dass er dann auch Freunde im Vorgang waren. Alter, was? Hat er sich's auch geschaut? Hä? Sicher? Hä? Wir müssen uns dran gewöhnen. Warum muss man sich daran gewöhnen? What the fuck? Warum muss man sich an den Scheißgeruch gewöhnen? Wirklich? Warum muss Knossi denn würgen? Ist so. Wir werden uns so intim kennenlernen. Ich seh jetzt deinen Stuhlgang. Ach, der guckt auf die Scheiße drauf. Zeig die Schwänze. Ich hab noch nie den Stuhl. Ey, das ist so geil. Und? Warum gehen die ja nicht weg? Spitzel. Warum? Warum? Ich frag mich die ganze Zeit, warum? Warum? Rückwärtsalto einfach mal rein. Dicker, hallo. Warst du ein Fick? Wollt ihr vielleicht mal einen Shelter bauen oder so? What the fuck? So geil. Wie so ein Vater, der nochmal seinen Sohn pushen will. What the fuck? Das ist mein Sohn. Und seine Lache auch. Dicker, Jan kommt da hin, lutscht an Stein und macht einen Saldo. Ich glaub, sowas ist geil für Joey. Das gefällt dir. Joey denkt sich auch nur, Alter, was wird das hier? Der Kollege leckt erst am Stein und jetzt fängt er an hier. Okay. Okay. Da stand ich auch wirklich nur mit dem Zehennagel drauf auf diesem Absprung. Also das war schon wirklich, da dachte ich mir, boah, jetzt falsch aufkommen und Joey hasst mich endgültig. Erst hab ich ihm was von den Steinen lecken erzählt, dann den Flip. Ey, Mann, Joey, Jan ist so eine Kompo, die gar keinen Sinn macht, ne? Ich hab mich hier eingeschlossen, ich Idiot. Okay, jetzt Plan B. Stark. Er baut sich erst mal ne Brücke. Jetzt bau mal ne Brücke. Er geht irgendwo herum. Jetzt hab ich's. Guck mal ne Brücke. Stark. Golden Gay Bridge. Die echte. Guck's dir die an. Dicker Knossel, ich kack mir in die Hose, boah, was machst du denn? Top-Brücke. Sag gar nicht. Top-Brücke. Bitte fahr jetzt nicht eine Knossel. Ich hätte mehr Schiss, über diesen glitschigen Baumstamm drüber zu laufen, als einfach kurz drüber zu hüpfen. Nervös. Kann auch so wegrollen, oder? Junge, fast Bein ausgekugelt. Genau so brichst du dir Knöchel. Sascha, ich bin ins Wasser gefallen. Wie so ein kleines Kind. Mama, Mama, ich bin ins Wasser gefallen. Echt so? Sascha, ich bin ins Wasser gefallen. Umziehen. Mama, es tut mir leid. Sascha, ich bin ins Wasser gefallen.